Hey ihr meine Rabeauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA. Heute spielen wir die, ey, die Mixer-Challenge. Zusammen mit Elina, Philson und Traudlheimer. Phil und ich sind Team Blau, das ist heute verkehrte Welt. Elina und Tim sind Team Rot. Wir müssen uns jetzt jeweils in ein unserer Autos setzen. Ihr seht, da ist das die rote Seite, auf der anderen Seite ist die blaue Seite. Das Team, was zuerst keine Autos mehr übrig hat, hat verloren und sind die absoluten Luschen. Ähm, man muss die anderen in den Mixer unten reinrammen. Wir können uns da mal hier mal kurz runtergucken. Dann ist man quasi tot, easy. Und dann spawnt man neu, nimmt sich das nächste Auto, pipapok. Also so sieht das Ding aus. Also ich glaube, das zerschreddert dich auf jeden Fall brutal. Da möchte man nicht runterfallen. Lasst eine positive Bewertung, da würde ich mich sehr freuen. Und abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr neue Zuschauer seid. Äh, Phil, bist du bereit? Ich bin Mertz, Jody. Phil ist, glaube ich, ein Pro. Ich glaube, es ist gut. Es ist gut, dass ich den habe. Ich weiß es nicht. Mit dir, mit der Challenge, Alter, kein Plan. Nein, ich habe Vibration an. Phil, du Idiot! Wow. Phil, du bist raus. Oh mein Gott, ich spiele mit dem größten Honky Tonk. Er ist einfach direkt runtergefahren. Oh mein Gott, wie sieht das aus? Oh nein. Oh Mann, Tim habe ich schon mal easy aus dem Weg genommen. Gar kein Problem. Ich weiß nicht, ich sponze jetzt. Dann bist du einfach raus. Ach, da hinten kann man auch runterfahren. Ich werde jetzt zerschreddert. Alter, Tim, Junge, Phil. Alter, Jo. Oh nee, oh nee. Ich habe es falsch verstanden. Ja, ich habe es gemerkt, Alter. Ich habe es gemerkt. Komm, wir crashen jetzt absolut auf jeden Fall. Nein. Ja, aber Tim ist raus. Eine Minute 30 noch für Elina für die erste Runde. Als ob ich das jetzt saven musste. Hilfe, Alter. Nein, 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 nein. Mann, da sind die ganzen. Nee, never. Das mache ich nicht mit. Oh. Komm her. Komm her, komm her. Hahaha. Was waren wir, wenn die Zeit rum ist? Ja, dann ist es unentschieden. Okay, dann ist es unentschieden. Dann hat jeder ein Auto verloren, sagst du? Ja. Ja, kannst du mal chillen, bitte? Nein, wieso? Ich will, dass du da reinfällst. Oh Mann, ich habe dich so ausgewuppt eigentlich. Nee, hast du da? Ja, 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 ui, 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 nee. Ja, fahr du da doch rein. Komm, komm, komm. Fahr du da doch rein. Komm. Es ist voll schwer von 1 gegen 1. Oh, oh. Ja, 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 nein, nein. Nein, 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 nein. Ja, 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 gar kein Problem, gar kein Problem. Okay. Schwierig, schwierig. Alter, du legst bei mir voll. Boom, Alter. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Jawohl. Alter, wie mein Konto vibriert. Nein, als ob ich jetzt noch verkacke. Aber du musst jetzt auch sterben, bevor die Zeit rum ist. Weil die sind jetzt hier los, 13 Sekunden. Easy, Alter. Ben und die erste Runde im Sumo-Bälle. So muss das sein. Auch wenn viel völlig reingekackt hat. Oh Mann. Runde Nummer 2, Alter. Zwei Autos von euch sind weg. Wie viel hat man denn überhaupt? Zehn? Bei dir ist eins einfach nur weg, Ben. Das ist kein Unterschied. Ich habe unterstattet. Teamohrdrücke. Haben da Teams gewechselt? Ja, haben wir. Sag mal, Phil, willst du mal ein Soundfire steigen oder was? Also ich verstehe nicht, was mein Team hat dir gemacht. Raul, hast du einen Plan, was wir machen? Wir sind immer noch die gleiche Farbe. Let's go. Oh, runterkicken. Erst mal den Film warten, die wir selber umbringen. Heldina fährt nicht los. Ja, ich bin vorsichtig. Alter, die Heldina direkt mal aufs Leben gescheppert. Die Steuerung ist halt nicht ohne, von dem schweren Fahrzeug. Ich bin raus. Ich bin raus, Alter. Ich bin direkt raus. Alter, Film, Tim, was machst du? Ja, ja, ich muss. Nee, nee, ich meinte Tim. Tim, hast du gesoffen oder so? Ist Tim tot? Nee, aber er ist einfach in so ein AFK-Auto reingefahren. Ist auch runtergefallen. Das zählt nicht, die Autos runterschubsen. Achtung, Achtung, Ben. Oh, oh, ui, ui, ui. Jawohl, ja, wie ein Film, ja. Ja, ja, ja. Ach, schade. Egal. Doch, ich kann ihn aber halten. Ich kann ihn halten. Oh, oh, nein. Oh, Alter, Ups. Nein, scheiße, du. Ja. Nein, ich renne dich. Schock mich. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte es wieder gut machen. Ach, Scheiße. Aber jetzt sehe ich das mal, wie man hier runterfällt. Ja, das ist crazy. Und da unten kommt jetzt der Hexler. Hey, da ist die Lina. Hey, da sind die ganzen Autos. Alter, das ist ja wirklich ein Hexler da drin. Ach, du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Oh, Alter. Hört ihr das? Alter, ich höre das, ja. Das ist der Controller, ey. Junge. Go, go, go. Aua, Lina, direkt hier. Oh, das war ein Guter eigentlich. Oh, 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 oh. Oh, nein, für safe, safe. Ja, 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 ja. Achtung. Ja, wo ist die Lina? Ich sehe sie nicht mehr. Bei mir, bei mir. Nein. Nein, nein, ich bin doch auch reingeh... Ich bin mit runter. Ja, ich habe Tim. Will es. Oder? Nein, also, und, und, tschüss. Oh, warum denn jetzt? Ja. Mann, ey. Hallo. Nice. Oh, Alter, du Sau, ey. Knapp, knapp. Tim, wie sieht es aus? Ah, schwierig. Du schaffst das, ich glaube nicht. Hey, Tim macht einen Weedie auf einem halben Reifen oder so. Hey. Hey, raub ich doch nicht. Alter, dein Wagen ist hier explodiert. Ja. Ich steige hier aus. Ah, jetzt. Ah, Mann, die halten ganz schön was aus, diese Was-Rumme. Das ist ein Wohnwagen. Oh, nein. Und ich habe Tim diese... Nein. Nein, das ist so... Und... Ist das illegal, Alter. Das kann wieder nur bei Tim passieren, ne? Wie er so typisch kann man... Oh, oh. Oh, oh. Alter. Wie schmeckt dir das, Tim, hä? Oh, mein Gott. War vergebildet. Ey, come on, das ist so geskriptet, Alter. Oh. Alter. Alter, Controller, warum? Ich war doch so ein Schlimmer. Ich sehe ihn nicht erst mal in toten Winkel. Oh, schade. Mann, ich hatte ihn halt schon. Ich meine, er war auf dem Rücken. Wie kann man sich denn da saven? Oh, nein. Oh, nein. Oh, der hat gescheppert, Alter. Ja. Oh, nein. Abschiede dich, Tim. Na, ich muss dich rammen, sonst machst du dir diesen Auto aufsteher. Oh, mein Gott, Alter. Das ist ja wohl... Das wär's jetzt. Ey, das wär so, dass er so ein Disrespect gewesen ist, Alter. Aber er hat ein paar Tonnen mehr drauf, hab ich das Gefühl. Aber ja, wirklich auch. Ey, der hat Zusatz. Elina hat sich hinten reingelegt, ey. Ja, was? Oh, oh, alter Schwer. Das war ein bisschen sehr... Oh, 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 oh. Was machst du da? Das war ein bisschen sehr stark. Oh, oh. Oh, nein. Oh, 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 oh. Richte dich auf, richte dich auf. Nein. Yes. Schade. Oh, was macht er? Was macht er? Will er einparken? Will er jetzt einparken? Ist ja nicht bei der Führerscheinprüfung. Mein Tim ist ein harter Brocken, aber... Ja. So wurde sie auf Gegenseitigkeit. Ist gerade gut. Aus Versehen, ja. Oh, 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 oh. Ja, der ist gut. Der war krass gespielt. Alter, ich hab... Das war wie ihr hier in Fortnite-Weltmeisterschaft oder so gerade. Blümmer. Jawohl, viel, wichtig. Dritte Runde, 2 zu 1. Ah, Mann. Okay, let's go. Okay, komm, Melina. Ich glaube nicht. Diesmal bin ich ganz vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ich auch. Also, Phil ist ja leichtes Futter, aber... Ja, genau. Melina, du hast dann... Ich weiß gar nicht, wen ich dagegen, wen ich da hier gerade... Ja, ich will mich. Wo ist die Lina? Hey, ich sehe sie nicht. Oh, Alter, oh, das ist doch aus dem Licht. Jetzt, 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 jetzt. Komm, komm, komm. Nein. Oh, nein. Oh, hat's dich gescheppert. Alter, kurz noch ausgepackt. Ich hab ihn gleich! Nein! Nix da, Elina, nix da. Boom, Alter! Jawohl, jawohl, jawohl. Nein, er hat mich auch... Sie hat mich auch gescheppert. Vielleicht auch es. Was? Was ich vorher R gesagt habe. Alter, man slidet hier so heftig. Ja. Ach, Tim, das war wieder... Und da ist... Was? Ich wusste, dass du bremst. Hä? Natürlich bremse ich. Elina, hör auf damit. Was machst du denn jetzt, ne? Ich kann nicht aufhören. Warten jetzt. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Nein, Elina, ich helfe dir. Ja, ja, ja. Achtung, Achtung. Oh, Alter, das war so... Ich weiß gar nicht, wer an meinem Team ist. Ich dachte, Elina ist raus. Ich glaube, Phil. Nee, bin da auch drin. Was? Die Phil deckt echt... Äh, Lida deckt echt voll rum. Ich glaube, die hat hier den... Ja, wirklich. ...den Hacker-Router angeschlossen oder so. Wir fahren jetzt alle im Kreis, oder was? Chillig. Ich bin der Enderman. Boah, ich hätte dich übelst, wenn es Karacho getroffen hat. Ich habe voll Schwung geholt. Ben, 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 Ben. You must have. Boom. Nice. Aus dem Weg mit dir, Traude. Nein. Nee. Ja, Traude, weg vom... Oh, Elina, Alter. Ah, nee, jetzt war sie bei mir wieder woanders. Ja, Elina ist irgendwie... Ich habe den Teleport-Hack aktiviert oder so. Anders kann ich... Anders kann ich mir das ja auch erklären. Ich war zu rum. Komm, jetzt muss ich packen. Boah, Hände schlägt bei mir völlig woanders. Oh, Elina auch. Oh, nein, nein. Bin ich aus der Map? Ja, Mann. Du bist über die Barrikade gescheppert, Alter. Ich finde, dieses Kugel sterben kann ich. Lockerer Sieg für unser Team. Aber jetzt gibt es noch mal die alles entscheidende 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 Runde. Jeder gegen jeden, Phil. Wir sind kein Team mehr. Yes, Sir. Aber wir haben natürlich easy gewonnen. Das möchte ich ja noch mal hervorheben. Okay. Okay. Easy gewonnen. So knappe Kisten waren da drin. Ja, schon easy. Aber Ben, ey, lass erst mal verteilen. Ja, jeder auf seiner Hälfte. Ja, ja, ja. Okay, okay, let's go. Let's go. Elina, hallo. Ich bin das? Bist du da? Das ist safe, du, Alter. Ich muss echt sagen, ich will jetzt keine Snitch sein. Aber ich hab Bock, Phil wegzuram. Nein, Ben, hör auf. Und ich komm auch mit rein. Und ich lass euch machen. Jawohl, jawohl. Und, Ben, und runter. Nein, Phil, du Verräter. Ja, das ist geil. Oh, wie kann man so ehrlich ausstehen. Aufsache, Phil ist der Verräter, wenn du davor gesagt hast. Oh, ich hab wirklich Bock, Phil zu töten. Ich hab nicht gesagt, tö, ich hab gesagt, so, rahmen. Ben, jetzt pass mal auf, wie man das hier macht. Boom. Alter Trau, du hast so gescheppert. Oh, ich hab Phil schon draußen gesehen. Ja, ich mich auch grad. Aber pass mal auf. Das wird jetzt heftig. Oh, Tim ist raus. Und da ist er raus. Tim ist raus. Das gibt es nicht. Oh, Elina, jetzt kannst du zur Heldin werden. Eins gegen eins. Oh, Elina, was machst du hier? Was macht sie? Was? Ich, ich, ich krieg Panikantag. Ich werde... Schwitze wieder. Ja. Ich schwitze. Elina, egal, du bist da drin. Alles gut. Oh Gott. Oh, der Kanzler. Alter, auf den Rücken. Egal, der kann dich nicht killen, glaube ich. Oh, Alter, Konterangriff. Nein, nein, nein. Alter, what a safe. Was a safe. Das war wirklich ganz, ganz, ganz gestört. Nein, nein, nein. Ich rutsche, ich rutsche, ich rutsche. Wie auf Glatteis. Wie eine Glatteis-Makrele. Alter. Nein, Elina, wenn du das gewinnst. Nee, nee, wegen dem Teleportek sehe ich das jetzt nicht an. Alter, stark. Jeder, stark. Da sieht man ganz klar, dass nur Tim für dich Ballast war. Oh, Mann. Alter, ich habe voll die Schramme unterm Auge. Was ist denn los bei mir? Okay, ich glaube, der eine oder andere Unfall hier war schon heftiger. Wie das so aussieht, ey. Okay. Das war das mal. Wir lernen aus der Geschichte. Ich bleibe nur auf den roten Feldern. Das ist meine Taktik jetzt. Oh, bin direkt raus. Ja, moin. Beste Taktik. So, dann war der Titel auch jetzt mal weg, ne? Ich weiß jetzt immer auf, ey. Jawohl, jawohl. Gleich Trautel rauskomme. Nee, nee. Keine blaue Vereinigung hier. Oh, oh. Kipp doch um. Jawohl, jawohl. Ich gebe noch mal ein bisschen nach. Mach dir mal. Nee. Hallo? Nein. Oh, Mann, ich hätte dich voll erwischt, aber du bist so... Nein. Ja. Richtig auf, komm. Richte dich auf. Ich helfe dir. Das macht mein Auge. Hallo? Ach ja, du. Scheiße. Ihr verdammt Schweine, Alter. Ich will eigentlich auf ihn fahren. Schau mal. Richte dich doch mal auf, ey. Du misst Auto. Danke. Warum teamt ihr hier? Ich dachte, das ist eins gegen eins gegen eins. Ich team überhaupt nicht. Ich würde Phil bei der ersten Möglichkeit sofort runter haben. Richtiger Fund gegen Ben. Was? Ich muss so richtig Schwung holen, Alter. Alter, Phil, was machst du da? Ja, ich will dich in dich rammen. Nein, hör. Ben, Ben, du musst mir helfen. Hallo? Ich helfe dir lieber, Alter. So, man muss außen so ein bisschen... Oh. Man muss außen so schwungen. Oh. 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 Als ob ich beide so gekillt hab. Loil. Wenn du neue Taktik einfach... Ich war einfach raus. Einfach nur im Kreis fahren. Nein. Yes, 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 yes. Wotsch, wotsch, wotsch. Komm, Ben, du gewinnst noch, wenn du nichts nimmst. Hä? Du hast nicht verdient. Ey. Gewonnen? Easy. Ich bin auch Matchgewinner. Achso, weil wir im Team waren. Und deswegen 14.000 Aschen. Ja, stimmt. Aber man merkt ganz klar, dass ich hier gewonnen hätte. Naja. Man merkt, dass wir das gute Team sind. Ich hab beide Kills gemacht. Hallo? Ey. Guck mal, wen ich mache. Eigentlich bist du. Scheiße. Das war's mit einer Round GTA. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Schaut gern bei Phil vorbei. Ihr könnt auch bei Tim vorbeischauen, aber der hat keinen YouTube-Kanal. Natürlich bei Elina. Ey, bei Elina auch. Schaut mal bei Elina vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis morgen, euer Bensohn. Ciao. Ciao. Ciao.